Wir sind die Frogbook-Dosenband und wir sind in Maschines-Gewesen. Stimmung, 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 Stimmung für Wir Bechern mit dem dicken Mann der Frogbook-Dosenband. Die Porträt-Cam, die ich wirklich sehr mag, legen Sie sich niemals mit dem Techniker an. Das kann ich nur jedem raten, der eine Late-Night-Show auf die Beine stellen will. Ich bin ein großer Fan geworden, seit ich euch studiert habe in den letzten 24 Stunden. Hier, habt ihr euch was Schönes ausgedacht, Andi? Nö, aber... Das Mikrofon noch anmachen, damit du was sagen kannst. Ja, da muss ich hier rübergehen zu den Kämmern. Danke. Nee, da macht ihr mal keine Sorgen. Wenn ihr los wollt, dann könnt ihr natürlich gerne abhauen, aber dann seid ihr halt weicher, ja? Tato, Tato, das ist echt zu Ende. Der Schlaupt ist alle. Hey, Christo hat noch keinen Screenshot gemacht. Was stimmt denn nicht, mein Städte-Jungen? Alter, was geht? Da hat er zu viel gesoffen. Ja, geil! Von der Hals! Nee, ich seh nix mehr! Ihr nehmt mir die Sicht! Ihr nehmt mir die Sicht! Ich seh den Wertigen, den will ich nicht sehen! Vom letzten Mal hier ein weiteres Kleinod aus der Reihe. Richtig beschissen, aber sehenswert. Du musst jetzt weilen, du Schmock! Ist scheißegal, ist scheißegal, Dampflok hat verloren. Was machst du? Die zwei. Die zwei, sehr schön. Und jetzt? Die neun. Die neun, alter. Ich bin Königin der Fröhlichkeit. War das die Schmocksglocke? Ja, mich hat vor der Show irgendwer angerufen und der meinte, hier, Zeit ist heute nicht. Und da habe ich gesagt, ja, dann gucke ich halt nur zu. Kriegst du da so ein Ausfallhonorar von dem Typen? Das schön wäre es, wenn ich überhaupt mal Geld von dem Typen kriege. Egal! Ja, das ist so Punk-Metal-Crossover-Hip-Hop. Ähm, genau. Äh, aber, äh, da bin ich auch reingesprungen in die Menge und die haben sich auch geteilt, wie das Meer von Moses, alter. Und das war schön. Ich habe mich gleich nochmal gemacht. Die Kartoffeldrese und Doktor-Doktor-Drese, die basteln gar nicht, alter. Oh, Doktor bastelt, aber Tobi, äh, der, der Kartoffeln nicht. Diese Scheiß-Erzieher, alter. Die können nicht mal einer rausschmeißen. Aber Maschine ganz runter, ne? Drei, ja, ja. Vier, fünf, neun, zehn, acht, neun, zehn. Fuck. Ähm, ja, mach mal das cool dann bitte auf anderthalb Stunden. Wir wackeln nur mit der Kamera. Ja, genau, wir wackeln nachher nur noch mit der Kamera. Wir spielen das ein und dann merkt es keiner. Okay, sieht gut aus. Ja, der ist schon längst fertig, aber ich finde es schön, wie ihr mitmacht, Alter. Ich habe eine unsichtbar-Perücke. Geh mal auf die totale kurz. Ach nee, ja, Seitenkehr, Alter. Ja, gut, da steht uns wieder aufs Neue. Ja, guck mal, Alter, eine unsichtbar-Perücke. Ja, das muss mal einer nachmachen, außer Harry Potter. Lord of Kerry, hast du irgendwas davon verstanden? Wovon? Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich habe alles vor 2.18 Uhr ist schon wieder weg. Heute ist mein Herz zu jedem Schatz bereit. Ich sage Adieu zu jeder Traurigkeit. Was habe ich mich auf diesen Tag gefreut. Weil wir uns ja nun mit unseren Frisuren schon mal alle zum Haus gemacht haben. Ich möchte gern, dass der Andi seine Mütze heute Abend mal abnimmt. Der Andi, Alter, geil. Ja, jetzt mach ich nicht. Forever Punk, Alter. Habt ihr eure Handys am Start? Perfekt, dann auf 3, 2, 1. 666, 667. Nochmal, bleib zu, bleib zu. 3, 2, 1 und... Na, okay, zu spät. Ich kann toda la boca para opinar. Y si te piensas en suena glases. Tienes muchas huellas que borran. Oh, 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 oh.